Der nicht steuerlich zu berücksichtigende Grundfreibetrag eines jeden deutschen Bürgers liegt bis zum letzten Jahr bei 10.000, in diesem Jahr fast bei 11.000 Euro. Heute geht es bei der Steuergestaltung um Kosten, die geltend gemacht werden können, wie auch schon im letzten Videos. Das heißt, wir schauen mal, welche Kosten noch möglicherweise abgeschrieben werden können. Da gibt es zum einen die Sonderabschreibung in Höhe von 20%. Da geht es darum, dass du auf alle beweglichen Wirtschaftsgüter, die du in den letzten fünf Jahren angeschafft hast, einen Sonderabzug in Höhe von 20% gelten machen kannst. Diese Abschreibung kannst du im Jahr der Anschaffung und in den folgenden fünf Jahren beliebig verteilen. Daraus ergibt sich für dich ebenfalls eine gute Möglichkeit, Jahre mit höherem Gewinn mit den Jahren, die weniger ergiebig waren, steuerlich auszugleichen. Eine weitere Möglichkeit ist es, Reisekosten mit Abwesenheitszeiten geltend zu machen. Die Reisekosten geltend zu machen, ist ja jedem Unternehmer geläufig. Meistens haben wir im Fokus, dass entweder die Spritkosten oder Pauschale, gegebenenfalls auch Kosten für Zug oder Flugzeug und sogar Ausgaben für Übernachtung und Verpflegung geltend gemacht werden können. Zusätzlich gibt es jedoch auch eine Geltendmachung für sogenannte Abwesenheitszeiten. Das bedeutet, bei einer Dienstreise über acht Stunden kannst du 14 Euro zusätzlich geltend machen. Bei ganztägigen Dienstreisen, nämlich über 24 Stunden, kannst du sogar 28 Euro geltend machen. Und das kannst du über eine Reisekostenabrechnung abrechnen und dadurch belegen. Dafür gibt es auch ausreichend Vordrucke. Geltend gemacht werden kann dies nicht nur für dich als Unternehmer, sondern auch für alle dienstreisenden Mitarbeiter deines Unternehmens. Auch für Familienangehörige Mitarbeiter. Da geht sicherlich einiges an Geld verloren bisher bei den meisten. Dann schauen wir uns noch die Raumkosten an, ob wir da an alles gedacht haben. Also allen Unternehmern ist sicherlich auch geläufig, dass dienstlich genutzte Räume steuerlich berücksichtigt werden können. Wenn du als Unternehmer einen Firmensitz erworben oder angemietet hast, ist die Sache ziemlich klar. Heutzutage arbeiten aber sehr viele Unternehmer bereits von zu Hause aus, gerade seit Corona besonders, haben in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung Bereiche abgeteilt, für dienstliche Zwecke. Oder sie haben Mitarbeiter beschäftigt, die ebenfalls von zu Hause aus arbeiten. Hier kannst du ansetzen und Reserven aufdecken. Wie zum Beispiel. Sind Arbeitszimmer aller Mitarbeiter berücksichtigt? Gibt es angemietete oder zeitweise angemietete Räume für Konferenzen, Besprechungen oder ähnliches? Werden Garagen berücksichtigt, in denen Firmenkraftsets untergebracht sind? Hast du Lagerflächen für deine aufbewahrungspflichtigen Unterlagen? Kannst du Mietverträge vorteilhaft aufteilen in dienstlich und privat? Besitzt du Kundenparkplätze, die du berücksichtigen könntest? Vielleicht fallen dir ja auch nach dieser Aufstellung noch weitere Möglichkeiten ein, wie du dienstlich genutzte Flächen in deine steuerliche Betrachtung einbeziehen kannst. Weiterhin gibt es die Schenkungen als Steueroptimierung. Als Unternehmer hast du die Möglichkeit, deinen Mitarbeitern zu besonderen Anlässen Geschenke im Wert von bis zu 60 Euro pro Anlass zukommen zu lassen. In der Wahl des sogenannten besonderen Anlasses bist du relativ frei. Kannst also außer Geburtstage und Weihnachten auch Jubiläen oder andere Anlässe dafür nutzen. Du kannst diese sogenannten Aufmerksamkeiten nicht nur steuerlich geltend machen. Du sorgst zeitgleich auch dafür, dass die Mitarbeiter mehr Motivation bekommen und ein besseres Betriebsklima im Unternehmen aufgebaut wird. Denn wer freut sich nicht über ein zusätzliches Präsent oder eine Wertschätzung der Geschäftsführung? Dann komme ich nochmal auf die Kinder zurück. Minderjährige Kinder als Steuersparmodell zu verwenden, hört sich natürlich ein bisschen crazy an. Aber da schauen wir mal, was geht. In Deutschland unterliegen auch minderjährige Kinder der Einkommenssteuer. Wenn also deine Kinder bisher noch kein Einkommen haben, liegt sozusagen deren Grundfreibetrag ungenutzt brach. Was heißt das nun? Der nicht steuerlich zu berücksichtigende Grundfreibetrag eines jeden deutschen Bürgers liegt bis zum letzten Jahr bei 10.000, in diesem Jahr fast bei 11.000 Euro. Deshalb ist es prüfenswert, passive Einkommen wie Kapitalvermögen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und ähnliches jährlich in Höhe des steuerfreien Grundbetrages an deine Kinder zu überschreiben. So bleibt dieser Betrag von der Steuer befreit. Damit können wir heute zusammenfassen. Es gibt noch ein paar weitere Hinweise zu Möglichkeiten, Kosten abzusetzen, die eventuell nicht jeder im Blick hat und die ihr euch nochmal überdenken könnt. Dazu werden wir auch nochmal den Blog verlinken, damit ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen könnt. Und dann können wir euch das nochmal in Ruhe anschauen.